Nächstes Fuss. Adrian Michel gegen Clemens Seidler. So, die letzte Partie des Abends. Tobias Hoffmann vom RSV Schomburg mit 73,7 Kilo und dann gegen unsere Alex Horst mit 71,1 Kilo. Nächstes Fuss. Griechisch-Dömisch. Nachion. Herr Barziger economischer realidad, Fearless. Okay, ayudse. Das war's für heute. Bewege! Applaus 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 ARDIX! 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 Ja, weiter, weiter, weiter! Jawoll! Ruhe, Ruhe! Auf! Gut, jetzt ist keine Nöbellage, jetzt konzipiert! Ja, das tut gut. Ruhe, aufpassen jetzt. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1,0! Amen. 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 So, go! Anstrahl, Anstrahl, Anstrahl! Anstrahl Applaus Musik Applaus